Herzlich Willkommen bei der Thomas-Estermann-AG. Im luzernischen Eschenbach betreiben wir das wohl bekannteste landwirtschaftliche Lohnunternehmen der Region. Zudem führen wir einen Agrarhandelsbetrieb und eine mobile Futtermühle. Drei Inhaber mit den Aufgaben Betriebsführung, Pflanzenbau und Werkstattleitung sorgen zusammen mit bis zu 30 Voll- und Teilzeitmitarbeitenden für einen reibungslosen Ablauf im Dienste der bäuerlichen Kundschaft. Auf uns können Sie zählen. Wir setzen alles daran, Sie pünktlich und termingerecht zu bedienen. An arbeitsreichen Tagen kommt unsere fast 20-jährige Erfahrung zum Tragen. Wir sind nicht nur Organisationstalente. Unsere Einsatzzentrale teilt Ihnen bei Bedarf mit den entsprechenden Online-Systemen eine präzise Ankunftszeit unserer Fahrer mit. Wir haben eine hohe Einsatzsicherheit. Unsere Maschinen werden in der eigenen Werkstatt auch während der Saison laufend geprüft, gepflegt und bei Bedarf ausgebessert. Wir sind schlagkräftig und denken in XL-Schritten. Mit klugen Investitionen passen wir den Maschinenpark laufend den Bedürfnissen des ganzen Kundenstammes an. Gerade wenn es witterungsbedingt darauf ankommt, sind wir mit Leistung und Fachwissen vor Ort und garantieren Ihnen mit rechtzeitig und korrekt ausgeführten Lohnarbeiten Ihren Betriebserfolg. Wir halten aber auch nach Innovationen Ausschau. Dort, wo es Sinn macht und echte Verbesserungen spürbar sind, lassen wir uns gerne auf neue Technologien ein. Wir sind aber auch ein echter Partner. Nicht immer läuft alles wunschgemäss und dann ist es wichtig, miteinander Lösungen zu finden, welche für beide Parteien passen. In diesem Sinne bieten wir eine ganze Reihe von Hilfsstoffen wie Dünger, Saatgut und Futtermittel an. Mit der mobilen Futtermühle sind wir in der ganzen Schweiz unterwegs und überzeugen täglich unsere Tierhalter mit wirksamen Rezepturen und vorteilhaften Lohnmischungen. Sie sehen, wir von der Thomas-Estermann-AG tun alles, um Sie wirtschaftlich weiterzubringen.